Servusle, grüßt euch. Schön, dass ihr reinschaut, Leute. The Forest mit dem Nameless und mit dem Voucher. Eine Runde durch den Wald heute gefällig. Ich habe nicht viel vorbereitet. Wir machen einen Spaziergang. Ihr seht schon, ich bin schon wieder auf meinen Seilbahnen unterwegs. Ist doch klar, dafür haben wir sie ja gebaut. Wir gehen heute zum Anker, also zu diesem Lebensbaum. Dann laufen wir ein Stückchen weiter zum Anker. Und von dort aus sind die Höhle 5, ich glaube, die Unterwasserhöhle nennt sich die. Ich möchte das Atemgerät heute holen. Kleinen Spaziergang machen, ein bisschen auf der Map unterwegs sein. Nichts bauen, nichts töten. Naja gut, das, was uns halt sich in den Weg stellt, werden wir weg machen. Das ist klar. So, meine Lieben, eine Montagsrunde. Da können wir montags auch mal einen kleinen Spaziergang machen, habe ich mir überlegt. Zum Einstieg in die Woche, bevor wir uns dann um unsere Sommerresidenz kümmern diese Woche. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe noch nichts gehört, also release-mäßig. Wenn da jemand was von euch hört, gerne eine Info immer rüberschieben. Ich habe noch nichts Neues gehört. Der Timer steht hier auch noch auf unbekannt. Also schauen wir mal, wann es tatsächlich wahr wird. So, meine Lieben. Sollen wir da noch mal kurz gucken, ob wir da noch was zum Verpflegen mitnehmen können? Sollten wir mal. Haben wir da was gehabt? Ich könnte zumindest was nachhängen. Weißt du, dann können wir auf dem Rückweg nämlich wunderschön den fertigen Fisch gleich einsammeln. Wenn es zurückgeht an die Plattform. Und außerdem gibt es hier immer wieder mal Federn. Au, da habe ich letztes Mal das Bein reingehängt. Guck mal, wie schön das geröstet ist schon. Wir essen aber das, was nebendran ist. Das nehmen wir mit. Oder nee, wir nehmen Fisch mit. Wir nehmen Fisch mit. Wir nehmen Fisch mit. Wir nehmen Fisch mit. Das war kein Fisch, das war ein Stein. Dann wäre, warum habe ich das Bein schon wieder da reingehängt. Ich weiß also auch manchmal nicht, was mich da reitet. Wenn ich als wüsste, was mich reitet, wäre ich wahrscheinlich zufrieden. La, la, li, la, la, li, denn. Hauptsache es reint sich, auch wenn es keinen Sinn ergibt. So, meine Lieben. Die Woche bauen wir auf jeden Fall die Residenz auf. Seht ihr, das habe ich das letzte Mal gemeint mit die Wasser. Geschichte ist schöner geworden. Man sieht nichts mehr. Es ist halt noch ziemlich früh am Morgen. Da könnte ein Fisch sein. Ich sehe hier keine Fische im Moment. Es sind aber welche drin, das weiß ich. Hier könnte einer sein. Ist jetzt gerade wegen dem Gegenlicht. Weißt du was, dann lassen wir es halt. Das mache ich alles später. Hier hängt ja noch ein bisschen. Das müsste uns ja eigentlich reichen. Aber ess mal noch einen. Du siehst aus, als ob du schon wieder Hunger hättest. Kalorien in dich rein, mein Freund. Du musst nur über die halbe Insel flitzen. Wir sparen uns natürlich durch die Seilbahn jede Menge Weg. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Innenstadt. Und von dort aus links zum Strand. Richtung Yacht. Vielleicht gehen wir an der Yacht noch vorbei. Haben wir eigentlich die Sauerstoffflaschen schon? Die haben wir, ne? Nur den Rebrisa nicht. Den Rebrater haben wir noch nicht, Kohl. Den holen wir uns jetzt heute. So, auf geht's. Einfach ein bisschen entspannen, im Wald rum schnachseln. Ich bin so gespannt, was wir da später alles an Loot bekommen werden von denen. Also ich finde es persönlich gut, dass es kommt. Habt ihr gelesen wahrscheinlich schon, dass man die Mutanten dann looten kann. Da wird es zeitalterlich. Loot doch so gern. Und das können die von mir aus hier ruhig einbauen. Loot kann ruhig hier rein. Loot tut gut, sag ich immer. So. Jetzt hoffe ich, dass die Bäume nicht nachgewachsen sind. Sonst können wir gleich das erste Medipack reinhauen. Schauen wir mal. Dieses Risiko haben wir ab sofort immer. Dieses Stückchen Strecke ist nämlich sehr gefährlich. Nicht tückisch. So. Das war dann die Geschichte. Das war dann die Geschichte. Den Baum kannte ich jetzt selber aber noch nicht. Den kannte ich noch nicht, Leute. Ich kannte da ein Stückchen weiter. Der war so. Super. Super Aktion. Wir sparen uns einen Haufen Weg hier, gell. Weißt du, weißt du. Was ist denn das da? Ah, da kommen wir dann an. So. Habe ich jetzt den richtigen weggemacht? Den kannte ich noch nicht. Der ging vorher, der Weg. Ich muss jetzt aber, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall kurz heilen. Sonst kann es sein, es passiert nochmal. Ich will jetzt schon sehen, ob die anderen nachgewachsen sind, die ich weggeschlagen habe. Das ist natürlich blöd. Da kannst du ja jetzt jedes Mal. Da ist man nie sicher, ob es hinhaut oder nicht. Verstehst du? So. Mal kurz hier warten. Ich warte ganz kurz, bis das Leben sich aufgebaut hat. Jetzt war ein ziemlich hoher Sturz gerade. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, passt so ein Montag, oder? Das passt doch. Wunder, Bärle. Apropos Bärle. Sag mal, warum verliert denn der so viel? Guck mal mit mir zusammen in die Stats kurz rein, Leute. Warum verliert denn mein Nehmnis so viel? Ich meine, das dürft ihr jetzt halt nicht sehen. Wo waren das mit den Kalorien gestanden? Ist das wieder raus? Daily Kalorien. Bla. 1004. Das ist, weil ich noch nicht viel gemacht habe jetzt. Wir haben ja zwei Fische gegessen. Aber ansonsten, wieso hat denn der so schnell Hunger? Warum hast du so schnell Hunger, Nehmi? Kannst du mir das sagen? So, Leben ist wieder da. Wir können weiter. Nächster Baum. Ne, oder? Habe ich euch schon mal gesagt, dass es viel schneller geht, wenn man läuft? Die waren alles letzte Mal nicht. Die waren alles letzte Mal nicht, Leute. Das ist ja noch viel dichter geworden jetzt hier. Okay, vergiss es. Wir laufen. Wir laufen. Das ist gut für die Athletik. Oh, Bären. Moment kurz. Bären können wir immer einsammeln. Bären sind wichtig. Flupp, flupp und flüpple. So. Naja, das geht ja normalerweise recht schnell, wenn wir mal die Höhle gefunden haben. Fünf Minuten oder so sollte man dann eigentlich das Tauchgerät haben. Fünf Minuten jetzt hin. Fünf Minuten zurück. Und fünf Minuten drin. Und schon ist die Zeit wieder rum. Aber dann haben wir auch was erreicht. Dann haben wir auch... Weißt du noch, wo wir hier gebaut haben? Hier war es auch schön. Da haben auch die Fallen noch funktioniert, so wie sie funktionieren sollten. Also, so wie es uns Spaß gemacht hat, dass man geschwind die Dinger wieder aufgestellt hat. Ich fand es cool, dass es so schnell ging. Was ist denn das da? Ist das wieder ein Baby? Ne, ist nur ein Stein, der sich hier verstellt hat. Das war ein Fake-Stein. Das war ein Fake-Stein. Das war ein Fake-Stein. Komm, wir richten schon mal die Fackel. Man weiß es ja dann doch nie. Und natürlich, wenn man so viel Athletik hat wie unser Nebnis, dann rennen wir hier auch. Dann geht es doch... Wow, und dann haben wir die Staffel gehabt mit der Seilbahnstrecke hier. Das war natürlich auch ein Vorteil. Ich hätte eigentlich die Spielstände immer weiter benutzen sollen. Dann hätten wir jetzt eine große Stadt da unten. So ein richtig schönes, großes Hafengebiet mit einer Seilbahnverbindung von hier. Das hätte ich machen sollen. Aber ich habe ja jedes Mal neu angefangen. Und jetzt fangen wir ja die nächste Staffel dann wieder neu an. Auch komm, nimm das Seil gleich mit. Und was wir haben, haben wir. Wer hat die Kiste geschmissen? Rausgeholt. Haben wir alles voll. Seit wann sind da drei Seile? Wahrscheinlich schon immer. So, hier haben wir alles. Weiter geht's. Mal gespannt, was auf der Map so unterwegs ist hier. In dem Teilbereich sind wir diese Staffel kaum, gell? Wir waren aber offensichtlich schon mal auf der Yacht am Anfang. Sonst hätten wir nämlich das Atemgerät nicht. Und wie jedes Mal, wenn ich neu anfange, weiß ich nicht mehr, wo meine Absturzstelle vom Flieger war. Ich habe keine Ahnung. Müsste ich den Clip angucken, um rauszufinden, wo es bei uns angefangen hat, diese Runde. So, habe ich da hinten gerade ein Dings gesehen? Eine Virginia? Wenn ich eine Virginia sehe, nehme ich die Beine in die Hand und flitze über die Map. Montagsstimmung, meine Lieben. Wir probieren natürlich, die Stimmung vom Sonntag aufrechtzuerhalten. Ist klar. Was haben wir denn jetzt? Haben wir schon wieder Februar, gell? Februar. Klatschen wir dreimal in die Hände, rocken wir schon wieder im Sommer. Verstehst du? Schwitzen uns die Backen ab. Ein paar Wochen drauf sind wir schon wieder auf dem Jahresende unterwegs. Ich weiß, es ist erst Februar. Ich merke nur, dass die Zeit unheimlich schnell fliegt in den letzten Tagen. Oder zumindest die letzten zwei Jahre, die waren jetzt so ruckzuck vorbei. Ist der absolute Reißer. War früher nicht so. Was bist denn du? Ein Pilzle. Hi. Ey, da will mir einer was sagen. Die wahren Mutanten sind hier eigentlich die Rehe. Ja, ich habe nicht umsonst draufgeschlagen. Wir hätten natürlich noch ein Bett zu bauen. Also gar kein Thema. Alter, sie sehen einen kompletten Axtieb hat das auskaltendes Viech. Wahnsinn. Ja, nehmen das dann mal langsam. Wenn du nicht mehr kannst, dann lauf mal ein paar Meter. Ich habe doch auch in den Einstellungen ein bisschen rumgedreht. Das sollte jetzt eigentlich hier alles recht neu wirken. Da war doch ein Quietscher, oder? Nee. So, sobald die Energie vollgeladen ist, haue ich sie dir wieder runter, Nemo. Schwupp. Müssen wir auf die Yacht, Leute? Ich glaube nicht. Da haben wir alles, oder? Wir gehen direkt weiter, Lebensbaum, vom Lebensbaum zur Höhle. Und dann gehen wir erstmal runter, ganz gemütlich. Schauen uns ein bisschen um, holen uns das Tauchgerät raus. Haben einen kleinen Ausflug heute zusammen gemacht. Wird wahrscheinlich keine super lange Runde. Aber wir können am Ende dieser Folge sagen, wir waren zusammen an diesem Montag. Jetzt weiß ich auch gar nicht. Ich habe die Kommentare noch gar nicht alle eingesehen, so unter dem letzten Clip. Aber da stand auch eine Zahl, die war nicht ganz so viel, glaube ich, wegen der Staffelgeschichte. Aber ich gehe davon aus, jeder hat es mitbekommen, dass wir tatsächlich noch eine Abschlussstaffel machen, wenn dann im April mal released wird. Eine schöne, so wie sie es gehört, ankommen, survivalen, Sohn retten. Dann machen wir diese Runde hier einfach unsere Sommerresidenz. Die Baustelle machen wir fertig. Und natürlich die letzte Seilbahn über Sinkhole. Die muss, ich hoffe, dass man das überhaupt machen kann. Ah, weißt du, was wir machen auf dem Rückweg? Wir können uns den Haifischkopf mitnehmen auf dem Rückweg. Den wollte ich doch sowieso anbringen an der Basis. Das machen wir. Bleib schön liegen, wie Liebe. Guck mal, das ist halt unser Nebnis. Er kann mittlerweile den Haifisch hier transportieren. Und zwar den ganzen. Sollen wir den ganzen mitnehmen? Guck mal. Gut, es wird wahrscheinlich hier ein paar Folgen dauern. Guck mal, wir rollen den mal zusammen. Gehen wir in die Embryonalstellung zurück, Alterle. Ja, guck mal, fast, ne? Oh, das Leben war so schwer. Wir können auch natürlich hier auf Greenpeace zurück ins Wasser mit ihm. Ich würde jetzt genau drehen mal rum. Drehen rum, Alterle. Guck mal. Seit wann geht denn das? Das habe ich halt noch nie probiert wahrscheinlich. Krass, oder? Geh zurück ins Wasser, Alter. Geil wäre natürlich, wenn du vorne ankommst am Stückchen Strand und er macht dann einen Schnalzer und lebt wieder. Keine Mutanten hier. Da kommen wir mal ein paar weiter. Das will ich jetzt schon wissen. Wenn ich crouch, geht es dann besser? Dann habe ich ja mehr Gewicht, dass ich dagegen stemmen kann. Tatsächlich, ne? So, die Möwe, die kümmert sich auch um nichts. Und dann würde ich fast sagen, wir gehen unter seine Flossen. Ne. Jetzt, Entschuldigung, natürlich. Das ist wieder ungeplant. Aber jetzt will ich es natürlich schon wissen, ne? Ob ich den im Meer versenken kann. Ein bisschen schneller könnte es schon... Ja, guck mal, sobald man... Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Jetzt kommt ein Wallung. Jetzt kommt ein Wallung, der Kollege. Vielleicht kommt auch gleich der Bruder angeschwommen, der mich schon mal so erschreckt hat. Die Insider wissen, was es mit den Haifischen auch... Das ist schon eine ganz mutige Aktion jetzt hier von mir. Aber der ist ja tot. So. Komm, Alterle. Zurück ins Wasser. Ei, da schicke ich dann nachher Greenpeace den Link, oder? Sag ich, Leute, könnt ihr verwenden? Könnt ihr verwenden? Ich mach natürlich Spaß. Ich will damit nicht schmälern, dass die bestimmt... Dass die bestimmt ihre Daseinsberechtigung haben oder so, ne? Ich bin da... Ich mach nur Spaß. Ich sag's schon mal dazu. Nicht, dass die mir gleich eins reinhauen und sagen, Herr Voucher, hast du dich schön lustig gemacht über unseren Verein? So, pass auf. Zurück ins Wasser. Vielleicht... Du weißt ja nicht, ob der noch schnauft heimlich. So, Alterle. Die zweite Begegnung mit dem Haifisch. Also es ist jetzt der zweite Clip, der existiert, wo es um Haifische geht, verstehst du? Einmal der Mordschreck und einmal... Da sieht man halt, dass wir ein gutes Herz haben. Trotz, dass sie uns so erschreckt haben. Geil wäre es, wenn die Fluten den jetzt so wiederbeleben. So wie die Sea Monkeys früher, verstehst du? Aus dem Yps-Heft haben wir es auch schon mal gehabt, die Tage, ne? Naja, die Tage ist auch schon wieder ewig her. So, komm. Seit ich gestern das Baby sah angeschuckt habe, bin ich jetzt auf Anschucken. Entschuldigung, Leute. Ich überlege gerade, ob ich es rausschneide. So, jetzt hat er aber auf jeden Fall schon mal Wasser, ne? So. Jetzt hier noch ein Stück. Ja, Nemless. Gut machst du das. Nemless. Du hast ihn gerade voll im Trend, Alter. Erwischt hier. Ja, noch ein Stück. Drüberkopf. Und von der Seite. Oh Mann, Alter. Wie erkläre ich denn das? Aber das sind halt wir, ne? Das sind halt wir, Leute. Das sind halt wir. Andere machen Guides, wie man irgendwelche Sachen findet. Und wir schieben die Haifische in der Gegend rum. Und dann sage ich es noch nicht einmal. So. Wie sieht es aus? Nee. Nee, Leute. Ist halt ein Spiel. Das ist sehr realitätsnah gehalten. The Forest. Sieht man jetzt hier wunderschön. So, mehr geht nicht. Mehr geht nicht, Leute. Ich lasse ihn so liegen. Wir haben es. Aha. Aber guck mal. Die Flosse hat sich gerade bewegt. Vielleicht noch ein Stück. Vielleicht braucht er einfach nur ein Mädel. Dass es überhaupt geht, finde ich krass. Finde ich echt gut. So, Neblis. Jetzt hast du ihn fast drin. Jetzt machen wir es fertig. Jetzt machen wir es fertig. Dann holen wir halt keine Tools. Wir haben die Tools in jeder Staffel geholt bis jetzt, oder? Machen wir lieber das. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe euch lieb. Habt mich auch lieb. So, lasse ich ihn jetzt liegen. Jetzt geht es weiter. Wuh. Was eine Aktion. Da liegt er. Kein Wunder, dass der tot ist. Der ist ja drunken. Guck mal. Machen wir überhaupt doch. Ein Haifisch hat schon auch Kiemen, ne? Ist kein Lungenatmer. Aber sie bringen Babys... Ne, bringen die Babys auf die Welt? Wie waren das bei Haifischen? Oder waren das die, die ihre Jungen in so einer Tasche zur Welt bringen? Also in so einem Ei halt. Ne, Haifische waren nicht wie Walfische, dass die Lebende gebären, oder? Keine Ahnung, Alter. Oh, oh. Das ist schon eine Wissenslücke. Höh! Mit uns nicht, verstehst du? Hat doch jemand geschmissen. Schon mal hier sowas passiert. Sag mal, jetzt mal ohne Witz, Leute. Ein Haifisch... Der macht so eine Wabe, glaube ich. So eine Haifisch-Tasche. Aber Walfische und Delfine kriegen Babys, ne? Die Säuger der Meere. Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt wieder gut sein, bevor ich es noch schlimmer mache. Ja, ihr könnt auch noch was lernen. Also, falls junge Zuschauer da sind, die noch einen Biologieunterricht haben. Falls ihr da Fragen habt, könnt ihr ja jederzeit auf mich zukommen, ne? Ich mache es natürlich dann geschickt. Ich google dann, ist klar. Gott, hätten wir damals Google gehabt. Wir mussten damals echt noch alles vorrecherchieren. Mühselig auf irgendwelche Zettel schreiben. Und die Zettel dann auch noch mühselig versteckeln. Und dann bist du doch jedes zweite Mal erwischt worden. Ist da was dabei für uns? Nö. So, Leute. Jetzt haben wir doch noch Zeit. Das reicht noch. Wir holen doch noch Tools. Hätten wir eh gemacht. Komm, erst mal so ein Dings da. Ich habe doch extra vorbereitet, ne? Verstehst du? Ich wusste doch, dass dir schon wieder die Lust ausgeht hier am Laufen. Ja. Oh, siehst du? Die Zwille haben wir auch schon lange nicht mehr benutzt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Spaß haben heute. Waren da Feinde drin in der Höhle? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube. Ich glaube, da war zumindest ein bisschen Feindkontakt. Jetzt müssen wir erst mal gucken, ob ich sie finde. Wäre nicht die erste Runde, die mal aufhört, ne? Weil ich die Höhle nicht gefunden habe. So. Vom Gebetsbaum. Oh, da grautschen sie gerade. Jetzt haben sie uns natürlich gesehen. So, du Stück. Verstehst du? Mit uns nicht. Das war doch hier, von da drin irgendwo, oder? Siehst du, es geht schon los. Ich weiß das nicht. Ich mache halt viel zu wenig Höhlenrunden, als dass ich das jetzt noch wüsste. Ich meine aber hier so rein und dann auf der linken Seite irgendwo war die. Genau. Hier ist auch ein Teich. Und hinter dem Teich. Hinter dem Teich sollst du schauen. Nach der Höhle. Nameless. And the Masters of the Universe. Hier war sie, glaube ich, Leute. Yay. Kann man die Dinger abschießen? Ne. Sehr gute Bauweise. Sehr gute Bauweise. Made in Germany wahrscheinlich. Die Mutanten. Sind das hier germanische Mutanten? Keine Ahnung. Das Switch wieder umnehmen lässt. Mit der Steinschleuder brauchen wir nicht da rein. Alter, konnte man schon immer so weit in die Höhlen reingucken. New, was? New Item Added To-Do List. To-Do List? Was war denn mit der To-Do List? Was steht denn da eigentlich so drauf momentan? Lass mal kurz in die To-Do List schauen, Leute. Vielleicht. Ja, die Bilder, die brauchst du uns nicht zeigen. Zeig mal die To-Do Liste. Zeig uns die To-Do Liste. Find Timmy. Das machen wir alles dann in der Abschlussstaffel. Ordentlich. Da gehen wir richtig systematisch vor. Wir stürzen ab. Dann suchen wir uns einen schönen Platz. Notbedürftig behelfen, was wir brauchen, ranholen. Und dann machen wir einen Plan, wie holen wir Timmy raus. Explorer, Explorer, Explorer. Ich sehe nichts. Nehmen wir es. Machst du uns Licht? Wäre super. So, jetzt muss ich aber doch nochmal was gucken. Wie war denn das? Burning Modern Axe, Poison, Plus Damage, Plus Speed, Plus Damage. Wenn ich jetzt hier nochmal einen Stoff drauflege. Hat es einen Effekt, wenn man nochmal einen Stoff drauflegt? Ich weiß es nicht. Nee. Nee, 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 nee. Ich weiß das nicht mehr, Leute, wie das war. Dass die länger hebt, weißt du? Ich glaube, war das nicht, dass man einfach nur einen Alkohol drauf macht? Dann hebt es länger. So, jetzt schauen wir uns hier mal um. Bitte keine Jumpscare-Momente heute. So gut bin ich nicht drauf. Warum mache ich da eine Höhlenrunde? Keine Ahnung, aber wir wollen ja die Sachen rausholen, haben wir gesagt. Und heute passt es halt, weil ich keinen einzigen Baum gefällt habe offscreen. Verstehst du? Nicht mal ein Holz, nicht mal ein Stick habe ich eingesammelt. Stick me back. Stick me back. Oh, ich überlege mir was. Ich überlege mir was zu Stick me back, Leute, für die neue Staffel. Und dann steigen wir schön mit unserem Stick me back Lied nämlich ein. Oh, da kann ich wieder was schieben. Oh komm, lass uns mal irgendwas zusammen. Vielleicht können wir jetzt hier auch noch was zusammenschieben. Das geht nicht. Die will nicht. Okay, schade. Sonst hätte ich gesagt, ich lege uns hier ein Zeichen. Waren hier nicht normalerweise Feinde drin? Krautsch mal nehmles. Krautsch einmal. Ob die schon mal Big gefragt haben, ob sie das Feuerzeug da umbenennen sollen? Das wäre doch bestimmt ein geiler Sponsor, Big, oder? Dieses Feuerzeug. Ich höre jemand. Gar nicht gut. Das ist halt schon geil. Das ist halt schon cool, dass du das ganze Zeug hier rumschieben kannst. Tragen wäre noch cooler. Sag mal, wo waren die? Hier, glaube ich, irgendwo, ne? Pass mal auf. Ich switch mal um. Jetzt sehe ich natürlich nichts. Das ist nicht ganz so glorreich. Ich sehe keinen Meter. Oh! Alter, ne? Ich hasse das ja. Ich hasse das ja eigentlich. Ich sehe nichts wegen dem scheiß Gegenlicht hier. Mach mal an, Alter, ne? Ach, hinter mir. Klar, ne? Kostet mich gleich wieder die Rüstung. Blöder Hund. Da muss der weggehen. Oh, der hat einen Zahn verloren. Sammel den auf. Stopp. Hier ist auch noch was. Der ist jetzt noch nicht tot, oder? Wow, Alter, ne? So bin ich schon wieder erschrocken jetzt. Das passiert mir in letzter Zeit voll oft. Ich werde immer schreckhafter aufs Alter hin. Wo ist denn der? Ah, hier. Sag mal, ihr wart doch normalerweise gar nicht so aggressiv. Jetzt haben wir natürlich die Knochen wieder zurück. Die waren doch nicht so stark in den Höhlen. Was ist denn da los? Und vor allem glaube ich, dass hier noch einer sein müsste. Du hast mich nicht erschreckt. Mit dir habe ich nämlich gerechnet. Verstehst du? Jetzt pass mal auf, was ich mal gucken will. Der schlägt jetzt auf mich ein, ne? Und ich mache jetzt praktisch nur loslassen. Ne. Der andere hat nämlich gerade gebrannt, ohne dass ich viel machen muss. Oh, ich muss schon wieder nachlegen. Waren aber glaube ich nur die zwei. Dann haben wir es doch schon, oder? Wow, Alter. Und die sind schneller geworden. Definitiv. Die sind irgendwie mächtiger geworden. Alle. Alle zusammen. Verstehst du? Schon wieder das Ding weggebrannt. Jetzt nehme ich mal die Axt hier. Geht das überhaupt? Oh, das geht auch. Ging das schon immer? Die blockt natürlich nicht so super. Aber die ist irgendwie so ein bisschen schneller, ne? Wo bist du jetzt, Alterle? Ich sehe dich, Feinert. Okay, die sind nicht wirklich stärker. Die schlagen nur stärker. Aber sie sind trotzdem genauso schnell tot, ne? So, jetzt nimmst du wieder deinen guten alten Knübel. Gott, ich mache viel zu wenig Höhlen. Und auch das kommt jede Folge, ne? Jede Staffel. Aber immerhin, am Ende von jeder Staffel haben wir trotzdem unser Zeugs zusammen, ne? Wo haben mich den anderen jetzt abgebrannt? Hier. Machen wir uns natürlich gleich wieder Rüstung. Sehr schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ein bisschen Stoff dazu. Schalali und Schalalu. Und Schalalümle vor allem. So. Was fehlt noch? Drei, vier. Komm, wir gucken mal. Da können wir nämlich noch mehr machen. Da können wir noch mehr machen. Nicht das Buch. Nicht nehmen das Buch. So, und wo ist der andere? Der brennt noch hier. Da machen wir gleich weiter. Jo, dann haben wir doch einen kleinen Zugewinn, oder? Wie ist das jetzt? Pass mal auf. Wenn wir jetzt die noch ausbasteln und die neuen Knochen noch einsammeln, haben wir einen Zugewinn auf jeden Fall. Dann hat es sich gelohnt. Dann bin ich zufrieden. Ey, du musst kurz warten, bis der Kollege hier gebürnt ist. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Oh Gott, und die Zeit fließt. Ich bin halt schon wieder total entspannt. Wir müssen ja ein bisschen aufs Zeitmanagement achten. Kann man die Ärmel einsammeln? Nee. So, komm, Alterle. Wie lang noch? Wir knautschen uns mal dazu. Schöne Feueranimation. War die auch schon immer so schön. Aber mit dem Feuer haben sie es immer schon gut gemacht hier, finde ich. Bis auf die eine Fackel jetzt. Das könnte man noch mal ganz kurz gucken. Die war so ein bisschen unwirklich beim Brennen das letzte Mal. Gucken wir uns mal kurz an. Also das finde ich nicht ganz so toll. Aber gut, das muss ja nicht perfekt sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, meine Lieben. Jetzt hoffen wir noch, dass wir in der richtigen Höhle sind. Dass es immer noch hier drin ist. Zap, zap. Ja, guck mal. Wir sind fast schon wieder voll mit Rüstung. Das ist auf jeden Fall ein Zugewinn. Legen wir da ein bisschen Stoff drauf. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt... Au, Moment. Da hat es was angezeigt. Was steht denn da jetzt? Zahn 3. Molotow. Also Alkohol 1. Und das andere oben fehlt dann 3. Da zeigt es jetzt die Zahl an, die drauf ist. Ist mir jetzt auch gerade das erste Mal aufgefallen. So, Alter. Jetzt guck mal, ob wir hier rausfinden. Boah, Alter, es ist dunkel. Hier ist falsch. Hier ist auch falsch. Hier ist auch falsch. Von oben kamen wir. Wir müssen runter. Und da hat es so blau geleuchtet. Genau. Ist das ein Seil? Wo geht es denn da hin? Wo geht es denn da jetzt hin, Leute? Wir müssen, glaube ich, nicht hoch, gell? Wir müssen runter, oder? Da geht es raus. Stopp. Da geht es raus, Nehmlis. Dann hat die Höhle zwei Eingänge. Ich verstehe. Ich verstehe. Sehr schön. Komm mal gerade vor, so wie ich das Spiel neu entdecke. So, zünd wieder an. Wo war jetzt das blaue Schimmern da hinten? So, noch irgendjemand da, der was wissen will? Guck mal hier. Können wir schön einsammeln. Stoff. Aluhol. Habt ihr... War das nicht auch die Höhle, Leute? Wo ich die Stoffe ganz schnell einsammeln kann? War doch die hier, ne? Die ihr gemeint hattet. Sag mal, wieso... Haben wir die Taschenlampe zufällig? Das war jetzt gerade so ein bisschen zu doof. Nämlich so. Geht ständig aus. In der Taschenlampe machen wir auch viel zu wenig, gell? So. Da hängen sie von der Decke. Ich glaube, jetzt haben wir den richtigen Weg. Also, ich erinnere mich ganz dunkel, dass wir irgendwo was wegschlagen müssen. Noch so ein Holzaufbaut. Was ist denn das hier? Koffer. Wow, Geld. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit, was wir finden. Solange wir Batterien haben, ist alles gut. Schalali. Ich muss ausmachen langsam, ne? Wir kommen kein Ende. Dann laufe ich wohl heute mal wieder alleine zurück, ohne euch. Ich sehe das schon. Klebeband. Ich glaube, das war die Höhle, ne? Wenn ich jetzt rausgehe und wieder reingehe, kann ich nochmal frisch looten. Außer die Koffer halt, glaube ich, ne? Was liegt denn hier? Liegt da etwa ein kleines Stückchen Spielzeug? Nimm's mit! Ähm. Also, in meiner Traumwelt war hier dieses Teil, wo ich wegschlagen muss. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ne, hier ist nix. Hier ist nur das komische Seil. Jetzt geht das wieder los. Da ist es. Ne, das ist ein Tisch. Da hinten ist es. Äh, ich glaube, du hast Hunger. Da leuchtet's rot, Alterle. Nimm Bären. Nimm Bären bis zum Abwinken. Du hast zwar noch einen Fisch dabei, aber okay. Ein Bild von deinem Sohn. Schön hat er's gemalt, gell? Wie meine erste Map damals in Staffel 1 oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Die müsste irgendwo noch hier rumliegen. Die habe ich irgendwie aufgehoben. So. Mach das weg. Jetzt fällt mir aber gerade aus. Äh, war die nicht hier direkt hinten dran gelegen? Oh oh. Die haben sie umgelegt. Ich glaube, die ist nicht mehr hier drin. Kann das sein? Tja, Leute. Dann werden wir heute, äh, äh, ohne Tool hier rausgehen. Wo finde ich denn das Tauchgerät nochmal? Ich habe gedacht, das war hier drin. Da ist gar nix hier drin. Ah doch, da hinten geht's weiter. Und gleich wieder rumgemotzt hier. Das haben sie verlegt, Schweine. So. Jetzt ist nur die Frage, war das hier drin oder nicht? War das hier drin? So, Alwelle. Ja, ja, ist schon gut. Kurzer Moment. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir richtig sind. So, zünd an. Wenn sie mal brennen, siehst du ja auch besser. Hau nochmal rein, Alter. Die können ja nicht tot genug sein. Der da hat's überlebt. Du kommst denen aber auch nicht mehr bei, ne? Du kommst nicht mehr, du kommst nicht mehr bei mit der Axt. Die ist einfach zu langsam. Wo war das Tauchergerät, Leute? Ich bin so was von durch gerade. Kurzer Moment, ich akklimatisiere mich wieder. Ich muss mir nochmal nachlesen, wie ich diese Axt, diese Fackel länger brennen lassen kann. Das ist ja furchtbar. So, es werde Licht. Das nehmen wir natürlich alles mit hier. Dann würde ich sagen, der Collège noch angezündet. Ich meinte, es war hier irgendwo rumgelegen, das Ding. Aber, hm. War die vielleicht hier drin? Nö. Stoffe? Da kam ich doch gerade rein, oder? Oder etwa nicht? Ja, da sind wir mal reingekommen. Ja, Leute. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir richtig sind. Nimm nur mal die Taschenlampe in Truse Hand. Deswegen mache ich keine Guides, weil es bei mir einfach viel zu lang dauert. Ich müsste ja das halbe Video zerschneiden. Jetzt lass die mal brennen. Das war doch hier irgendwo gelegen, das Teil, oder? Ist es das? Ne, ist eine Tüte Chips. Köfferle. Ah, vielleicht muss ich hier noch runter. Musst man hier nochmal runter? Gott, und die Zeit fliegt. Die Zeit fliegt uns davon. Nochmal ein Seil? Tja, Leute, wenn nicht, mache ich jetzt halt hier aus. Ich glaube, ich bin in der falschen Höhle mal wieder. Oder bin schon wieder falsch abgebogen. Das weiß man bei mir ja alles nie. Hallo. Guten Tag. Kleine Gletscherspalte. In einer Gletscherspalte, da fand ich meine Alte. Sie war eiskalt. Sie hielt den Pickl in der Hand. Okay, das muss jetzt wieder aufhören. Ist irgendwie aus alten Tagen noch übrig. Leute, ich glaube, ich bin verkehrt. Da hängt das Kreuzle rum. Das habe ich das letzte Mal oben gesucht bei der Mission. Pack's weg. Kann natürlich jetzt sein, dass hier gleich noch mehr los ist. Leute, ich weiß nicht mehr, wo das war. Hier hätte ich jetzt gedacht vielleicht. Ah! Jähle, Kadele. Ich habe natürlich gleich von Anfang an gewusst, dass es hier sein wird, Leute. Ich gucke erst mal, ob wir es wirklich haben. Ja, wir haben den Rebreeder. Den Rebraten. Rebreaser, ne? Also auch hier kann man Englisch lernen. Rebreaser ist praktisch für Rehebraten. Dann gehen die schneller tot. Gut. So, Leute. Ich mache an der Stelle Schluss. Ich hoffe, euer Montag war nicht ganz so krass. Wir sehen uns am Mittwoch wieder zur Backfest-Folge. Dann gehen wir wieder hoch ins Helle. Bauen natürlich ganz entspannt weiter. Ich bin tierisch froh, dass ich den Dinger jetzt hier gefunden habe. Ich war nicht mehr sicher am Schluss, ne? So, Leute. Noch einen schönen Abend. Kommt gut in den neuen Tag. Bald haben wir es wieder geschafft. Bis dann.